ja 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 die ja meine Freunde willkommen zurück zu Minecraft Together ja ja wie haben wir denn da Hallo Bye Hä wo ist der Leder her? Ich hab Hallo ich hatte ja auch das Leder dabei okay ich will auch erstmal wieder in diese Mine gehen denn nachher wird auch gestorben ja gönne ich dir Arsla oh jetzt habe ich diese scheiß nein man die erschwert äh eisenschwert ich kann nicht springen das halb ich hab ein blog hast du es darf? nein hast du ne Welt äh ein Haus Junge hä das ist unsere Together Lp wir haben noch gar nicht daran gearbeitet in unserem Haus ja warum wir denn wohl das wir haben ja kein Dings mehr hier ähm kein Redstone mehr naja wir wollen einfach so erstmal ne Anfangsstruktur wir müssen mal echt in der zweiten Folge ein bisschen mehr schaffen ne wieso ist das wieso ist das äh warum ist das ganz normale Dings wieder aktiv ich müsste das klassische Trauer haben da lass ähm anfangen mit dem Haus zu bauen ich würde sagen ich nehme den Teil weil ich da halte alter aufnimmt bin ich würde mal das Haus und ich würde ein bisschen weit und so eine Farbe ach was würdest du hier denn machen wollen wir lieber ein Haus bauen ne dann mal neue Höhle suchen wir oder ein Berg brauchen einen richtigen Berg damit kann ich den Eingang bauen weil ich brauche über ein Berg ich baue das Haus dann ich baue das Haus dann baue ich mein eigenes Haus mein Haus kann man so oder so am Ende so oder so nicht finden weil du hast ja gesehen wie versteckt das war beim errichte bei meiner Einzelzug er wird mehr ja wohl gestern war wir sind drin waren ich war nicht da ich hatte das nicht hat er und noch so jemand so ein Spaten so ein ich ja starten hier macht hier macht hier macht den Eingang hin genau so mein Haus ist fertig sollte man auch zeigen dein Haus einmal ein Haus soll ich zeigen ja dann komm zu mir ach das keine Karte ne ne ich bin so einfach für äh bis noch am spawn ne na ne dann geh mal wieder zurück komplett zum Sporn gleich warten ein bisschen warte ein bisschen schulschieren ein bisschen Schwetchen machen dann komm 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 ich 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 warte 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 jung die Kulinger Spichhackel wirklich mal ich bin auf steiner die tüten kommst du jetzt hinter dir stein weil ich dann sehen wir uns da kann ich einen zu kuhnig töten ja jetzt kann ich die tüten gelang ich habe nicht ganz im tag ich muss mein haus weiter bauen so oder so verliebt er soll das ein haus werden ohne junge ich habe keinen wuchs erwarten ich komme auch nur sie nach bitte mich nicht treffen Töne Sohkonsu Chill Hey Jogi, gleich kommen die gleich kommen die Zombies und töten dich. Nein, ich hätte dich dann nicht. Mal langfristig. Warte, Jill. Ich muss mal Inventar sortieren. Kannst du auch bei mir machen, bei mir zu Hause. Wenn man das nach oben woanders mal kann, gerne. t muss was da rein springen holen ob dort ist ein Zombie vielleicht r.auch mir fängt es genau im Nackenfest weil ich in weil ich kommt kommt wenn da bin da hier mann aus war der Hof mach ich gleich St das wurde mir leeres und beschädigt der Kürtel Lager was du offen k Hier, Ofen. Ich baue mein Haus weiter aus. Ich helfe dir. Du musst aber die offene Weg machen, weil da kommt mir auch die Rettungsschaltung hin. Ich ziehe einfach zu dir ein. Kein Wissenhaus zu gehen. Deswegen meine ich ja, das ist ein Gemeinschaftshaus bauen. Ach ja, da war ja. Können wir die Fackel reinmachen, bitte? Ja, warte. Halskohle. Super nice. Oh. So, die Größe reicht erst mal von Anfang. Wäre mir noch halt noch viel größer machen. Hm? Die Größe reicht erst mal von Anfang. Aber ich werde das mal so laufen. Mann, Lager, du verstehst. Die Johor Eisen fahren, bitte. Uff. Ach, ich, wenn's Tag ist. Was? Du hast hier doch nicht ernsthaft was abgebaut. Der braue ich auf jeden Fall einen normalen Stein. Wo gibt es mal? Ich komme unverd holder auf einer Suchmaschine subne義ative, in der Zeit und fertig sindô particles. Dzed? Irgendwann. Kaspar hat die Bar gut verlaschen. Das habe ich erst auf das noch zugebaut. So war der Kürz. Ich habe ja einen normalen Stein jetzt. Oder auch nicht. Wow. Hier kommen die Öfen alle hin. Wir machen ein neuner Feld natürlich. Hier ist etwas Holz. Kaspar, Spielbeuge, Trittchen. Also. Ich muss ein Stein da reinlegen. Da waren wir gleich zwei draus. Der drei, der vier. Warum lade ich noch mal Party ein? In der Tat. In der Tat. In der Tat. und hat ab in der tat das haus sieht so geil eigentlich aus korrekt gefunden haben reisen oder hinter mir die kohle das ist gut müssen aber das am ende wieder komplett verschließen dann lassen wir so einzelne zimmer auszubauen und so eine farm auch kann sie eben schild kraften ich hab kein holz ich muss eben was ich will kommen das ist ein achterfeld 3 das war es steckt einfach dann in the game ganz schön schön wo hast du steil rausgenommen ach man du hast mal rausgegangen ja tun wir kurz ein bisschen kohle rein ich muss kurz ein stein machen achten kabel reichen dafür und da ist man der spitze kabel gegangen so oder was st erkältung zuerst sein st st 8 er hat war dort st kann sie kurz eine türkofen in einem normalen Jo. So. Bild platziert. So. Perfekt. Aber erstmal brauchen wir ja die ganzen Sachen. Das ist das. Das normale Stein. Ich brauche nicht. Ah, ach. Das ist das. Das ist das. Das normale Stein brauchen wir halt für das doch da vorne, genau. aber natürlich lasse das mal wie alles geben dort ist die kiste halt das ist ein super leist weil die man hier auch auskoppeln das war mir noch aus hier komplett aus kabel von das ganze haus so mache ich das jedes mal auch die decke aber wir lassen diese wenn die hier erst mal komplett so normal stein weil wir werden da noch weiter bauen was bei die decke hier komplett weg so 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 zwanzig die folge als ganz schön richtig gutes haus der hat wird alles noch wenn wir diesen und seit diesem Land auch auskoppeln noch nicht er hat man nicht erst mal die decke nur auskoppeln weil die beiden anliegen werden in diese beiden richtungen noch weiter unser Haus verbreiten er kommt noch zimmer hin dass man so richtig im innergrund ich habe ich immer nicht so habe ich auch in der jahre ich habe auch eine will aber eine einzelne erst mal wenn ich weiß ich glaube ich war die Riesenwilla draus dann muss ich auch Prozent ich habe noch kurz hier was machst du das ist so geht k in und auch geliebt wenn sie verifiziert Torjäger und nach einem Ende ist Händel 2 was sagst du nun ja ich habe alles ich habe alles alle Ereignisse außer außer die außer die aus dem Wort also diese Goldstone Goldnagget ja nicht die kriegt man richtig schwer die zu finden liegt bei 0,001 Prozent dann Kasper mal in die Party kommt ich hoffe man sieht das nicht irgendwie das Gefühl das Kasper eben wieder Steine so nimmt er guckt dich an wie ein der wird schon nicht Platz kommen solchen Kicken wir warten erstmal ab du hast schon dir? du hast die Dias abgebaut ne? mhm ich habe ja die extra nicht gespeichert deswegen haben wir auch die Dias wieder Junge der will sich schon reinschleichen der guck mal der will sich schon reinschleichender Typ ausgeholt ja hol der minecraft Digga hol dir minecraft hol dir minecraft Junge hol dir minecraft wenn du jetzt schon die Verfügung hast Minecraft zu holen Junge mach keinen Fehler jetzt ich weiß später das wird immer teurer sage ich dir das wird nur das wird nicht günstiger das wird teurer jetzt ist das jetzt ist das noch auf 20 ne das kostet das kostet jetzt schon im Markt 40 Euro auch PC kostet ja PC kostet jetzt schon 40 also ich finde immer zwei Microsoft günstig holen ich habe mir auch extra so früh holen wie möglich du hast noch 1 Euro übrig sogar irgendwas machst du denn hier ich brauche ich nehme mir Kopf ist auch hier du weißt die Wand will ich hier eigentlich wieder zu machen ja die kommt noch zu aber ich habe erst mal kommst du nie warum da Bord auch kommen ja das wird später nicht mehr gesehen alles gut hatte ich noch was vor war jetzt können wir drauf scheißen einfach egal ja ich soll ich das wieder zu euch haben 60 stein er 60 um ich wollte aber das gut ich baue erste Wand hin aber ich wollte eigentlich auch was hinklatschen aber jetzt scheiß ich drauf Roscoe Michael macht keinen Fehler ich würde es dir empfehlen hol der Minecraft weil später Christus nur noch teurer man kann es mit uns die ganze Zeit aufnehmen und so alles genau ich bin gerade nämlich auch auf Roscoe glaubt mir hol dir Minecraft warte mal geht mal gleich Kasper hat wieder was geklaut zwei Dias ne ja oder ja ich habe ihn erwischt dabei Jerome der Held hier Kasper du wirst nicht mal bei my last place dabei sein du kannst du klaut einfach wer mich viel klaut hat ein Problem mhm ich bin die Waffe mal ich bin die Waffe mal ne 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 ich hoffe mal wenn er hier zu kann hat kriegt er ist noch richtige Hates von meinen Abonnenten Roscoe hole jetzt Minecraft man Roscoe hole dir keine Keys hole dir keine Keys das lohnt sich nicht Junge glaubt mir ein Spiel lohnt sich mehr glaubt mir das Spiel mag jetzt wieder fun es kommen noch mehr Updates und so graben ne die machen wird richtig er schreibt alles klar hä hä wenn er was klaut was soll ich denn dafür hier ich hab ihn das mal ich kann's während ausnahmen nicht machen weil er wird das Video poliert oder du kannst aber halt noch über die wegen der Party kannst du über spielerweg irgendwie nochmal sein ja lass das später machen ich bin ich bin ich habe ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wirklich du findest dieser große YouTuber jetzt habe ich sein YouTube letztes Mal ein YouTuber hier der hat 14.000 Abos hat mitgemacht war auch gegrüßt das ist ein oder so ne ich habe bei Blow Up Gaming beim Leistung mitgemacht und hat sogar ein screen mit ihnen ne macht kein Fehler Brostkopf glaub mir wenn du spielst glaubt mir dann wird es besser ich hab auch erst mal ich hab mehr gemacht auf geht es rein nur noch jetzt es wird jetzt wieder total hin deswegen holt sich das jeder mit der Weile wieder anfang anfangen anfangs dachte ich auch es war und er war er ist so scheiße wieder oh kein Bock mehr ja ich sag dir so wer fehler macht ja ich gehe ich ich mache ich krieg weil wenn ihr wer sich jetzt nicht über etwas tut ist dumm diese Welt am Wochenende sind auch für euch ähm könnt ihr auch mal kostenlos spielen ne ja 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 eine woche kannst du kostenlos dann spielen aber ich hab's ja selbst auch nicht ich spiele immer mit bestien Digger ich gehe richtig ab aber ich sagte nur eins das ist eine Bussi Taktik ich gehe trotzdem ich ich fahre ich mache trotzdem mit einem Range Rover fahr ich Digger das ist ja das ist jetzt oder dua oder da lacht ich meint manche leute mit ihnen gespielt hat ich habe ein server mit bett mit mt und alles so diese reichweite wir werden nachher weiter hier über bauen aber sollten jetzt erst mal so machen gehen ja ich gehe mal raus muss auch den fehler ist immer hier so eine kleine schlucht wir haben kohle wir haben direkt kohle sogar hier amberg und oben bachwerken wird selber es wird ich habe ich geoffen wie doppelt das sollte der direkt beruhigen werden ausgleichen was sie drin ist leckte er hat er für die gleiche wieder drin man hätte zu suchen es auch so kaputt wie es bei dir war tja weil es nicht mehr ich habe ein neues hat vielleicht wieder 100 hat vielleicht wieder 120 euro gekostet aber scheiß drauf das geld habe ich ich habe wieder links da zu kommen ich habe zuckerrohr gefunden mhm da spielt ihr gerade rappen oder was ich bin mir nachher paladins warum kommt mir hier nach paladins hat wahrscheinlich auch mal wieder angesehen habe ich recht ja schon jedes video von hier an oh man ich verkackt diesen scheißsprung wir suchen ich so jetzt nur für diese Folge nur noch eine Höhle und danach wenn ich diese folge n n n n ich habe alle Charaktere ich kann ja direkt alle kaufen ich habe genügend Euro noch auf PS4 nach 2 Euro ich habe ohne Euro gekauft hier weil es erspielt das geht in sie ja versuche meine versuche meine hunderter strähne hin zu bekommen versuch mal schaffe ich nicht schaffe ich sogar schon ich habe erst seit zwei tagen da kann ich denn die nachschauen weil ich meine geschwäte ich brauche man kommt da war es hier auch nicht da liegt es in dir man muss es tun an uns ist und um sich und gerät um was bei YouTube akkord ist und nicht wissen hier drauf wissen spiele ja man kommt nein das weiß ich nicht letztendlich so zerstört deswegen was das für eine welt ja together map wir haben sechs tiers so jetzt noch eine hülle und dann war für das video hey dieser pro all pokus mehr und der party der kann sich nicht entscheiden was er sich holt jetzt an die euro ist wie ein befehlenden minecraft und er will sich vielleicht holen was will sich ein anderes holen wer kostet ja gerade um aber er hat mein kopf nicht kauft macht den riesen fehler weil mein kopf ist er wird immer immer teurer auf pc kostet auch schon 40 euro davor 20 euro und wie viel euro hat er 20 6 und bettet ihr wer auch dieser eine extra mit kohlen mit ich will die kenne ich habe ja und hat er 1 ja ich so eine höhere vorliegen ich kann die Markaufsteuerung nicht mehr Scheiße ich kann sie ja immer noch sowas verlieren sich zur Kindergarten aber meine Augen tun gerade richtig weh weil ich ganz offen Bildung nicht so gut ja was hat ich schon gar nicht verstanden ich hab grad nicht erschöpfen ich bin mir nächste Woche geht ja warum nicht warum nächste Woche erst ich krieg's nächste Woche mein Geburtstag ich hab's ja schon warum ist die Tür bei uns offen du hast vergessen die Tütze zu machen ich baue einfach so ein Mieneingang bei uns in einem Haus okay okay Epics genannten Video ich hab hier grad sauf die Kohle so technisch der Kohle ich hab 39 ich mein Handy ist aus so Leute ich verabschiede mich von heute für ordentlich ich werde nachher nochmal ein Runde Paladins aufnehmen aber erstmal mache ich eine kurze Pause vom spielen ich muss mich noch privat sagt kurz machen dauert nur etwa so 30 20 min aber ich weiß noch nicht kann auch kürzer dauern aber ich hoffe das natürlich hat euch gefallen hoffentlich seid auch beim nächsten mal dabei okay vielleicht könnt ihr sogar mitmachen aber wenn ihr keine PC habt dann könnt ihr natürlich nicht öffnen aber ist halt okay es lohnt sich wirklich die PC zu holen und an Burkos hol dir Minecraft das lohnt sich nur vor allem da findest du sehr viele YouTuber zu also bis zum nächsten mal Tschö!